Du, ich bin schon oben, mit dem ersten Versuch, fährst du... Hiiii! Hey, wie geht's? Wie steht's? Hier ist euer Piet! Und heute spielen wir eine Art Jump'n'Roll, also... Eine Jump'n'Roll Challenge! Wir spielen auf dem Gomme und spielen den ersten Parcours... Also, wir haben ausgesucht... Ja, er kennt ihn noch nicht, ich kenne ihn zwar schon, aber... Ich bin bei meisten Sachen auch nie weitergekommen. Er wird... Er leckt ein bisschen? Oder halt... Sieht so aus... Als Elektor... Ja, es sind gerade auf dem Server so viele drauf, aber... Macht's hoffentlich auch nichts... Wir machen's so... Wer denn... Wer als Erster das Jump'n'Roll geschafft hat... Da... Der musste... Also, dann muss der Verlierer einen Witz dem ersten erzählen... Machen wir so... Ob... Er muss lachen, oder... Also, wir müssen... Einfach einen Witz erzählen... Okay... Ach... Der wird eh so dumm... Einfach so'n dummen Witz, das wär's... Ey, wie bist du wieder raufgekommen? Locker easy! Ja... Ja, du... Ich... Ich hüp' meine Jump'n'Rollanskis... Ja... Ja, du spiel... Hast du's ja auch nie zu oft gespielt, also... Ich mach's schon... Boah! Oder machen wir immer... Äh... Bei der ersten Checkpoint-Stelle... Zum Beispiel hier... Jetzt... Hier oben... Wenn ich runter... Ich muss da nachher drunter springen... Zur zweiten Etage... Muss man immer auf dem... Auf dem anderen warten... Oder anderen muss immer einen Witz erzählen... Sonst muss man... Bis durch... Ja, aber wie komm ich hier weiter? Da einfach rauf springen... Oder auf dem Holzbalken... Ja... Ich hab's ja schon... Und da musst du dann sneaken, wenn du drüben bist... Also... Kurz davor bei der Leiter... Jetzt... Ja... Dann musst du da... Da stehen... Ja... Und da musst du auch dagegen sneaken... Oh... Und da auch dagegen springen und sneaken... Oh... Da hoch springen... Da musst du nicht sprinten... Nur springen rüber... Richtig... Und da runter rennen nur... Und dann gleich wieder sneaken... Nein! Oh, Glück... Ihr... Ihr könnt das gerade nicht sehen... Also ich schau grad auf den Laptop... Von ihm... Er sitzt neben mir... Ah... Bitte... Letzten zwei Sprünge... Einer noch... Schaffst du... Okay... Du hast letzter... Also hier ist schon der zweite Abteil... Und du musst einen Witz erzählen... Machen wir's so... Kurzer Cut... Okay... Jetzt geht's weiter... Erzähl dein Witz... Ähm... Geh... Geh... Geh der Blondine und eine Brünette am Gehsteig... Findet die Brünette ein... Ein 50 Cent Stück... Und sie sagt zu Blondine... Hey du mir kannst du telefonieren... Und die... Und die... Und die Blondine geht... Also nimmt den... 50 Cent... Die 50 Cent... Und hält sie ans Ohr... Und sagt... Hallo... Ja... Das ist sehr geil... Und jetzt? Äh... Welches Pokémon? Welches Pokémon? Ähm... Am ersten glaube ich war Pisasam... Dann war... Sch... Schicchi und dann Glomanda... Glomanda! Oh nein... Da Shicchi... Pisasam und Glomanda... Glomanda! Ja... Musst du so in der Fantasie vorstellen... Hehehe... Okay... Iiiii... Oh... Lol... Ähm... Der Jumpman ist kaputt... Der Jumpman ist kaputt... Warte... Stimmst du? Ja... Äh... Hehehe... Das sollte eigentlich nicht passieren... Nirgendwo, nirgendwo! Oh... Du stehst noch da... Okay... Ähm... Dann sehen wir uns gleich wieder... Wir suchen einen anderen Jumpman aus... Ähm... Es war... Es ist blöd... Aber egal... Dann bis gleich... Äh... So... Jetzt gehen wir weiter... Ähm... Das mit Pokémon... Keine Ahnung... Wurde das erneuert, dass es... Ja... Wurde das erneuert, dass es... Äh... Da gibt's ne Abkürzung durch den Bäumen... Ach Scheiße... Natürlich... Ähm... Gibt... Äh... Gibt... Äh... wieder fertig gleich das ist das er der erste abschnitt das waldbiom oder ja kann man so nennen natürlich genau beim letzten sprung nein du kannst du aufholen ich bin überhaupt dazu zauern davor abgeprallt ja ich hab's geschafft okay das war die erste passage ich warte auf dich und dann musst du wieder nichts erzielen vielleicht wirst du in ihr irgendein job man heute noch gewinnen so der profis auch wieder nicht also ein sogar ein pvp ist ein lucky blocks habe ich verloren ja wenn sie das noch nicht gesehen habt dann geht auf meinen kanal vorbei und seht euch die videos an und ja ok witz erzählen treffen sich zwei kommt nur einer ja das ist ein cooler witz okay ja weiß der nicht in der lavastern muss aufpassen was ist der sprint box klar ok ich kann eigentlich weitermachen das ist noch nicht zu ende erst wenn das wüsten auch mit erst wenn das sand ding fertig ist sich auch der letzte sprung hat die das gesehen auf einmal wie ich da habe ich da angefangen zu brennen ok kann man machen und jetzt weil ich durch den boden alles 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 klar übertreib ruhig ja übertreib ach so was schnicken also das kann man auch machen das ok die leiter sprung der leiter sprung der leiter sprung schafft man es dann den zaun bis zu tot ist das hoch kommt gleich rein und probiert wenn ich wenn ich fertig wenn ich fertig geschafft habe dann schneide ich das weg also wenn ich die den nächsten abteil fertig geschafft habe schneide ich das weg bis du wieder da bist ja ja man kommt das nächste abteil endlich ist ein bisschen zu lang glaube ich es wird ein bisschen dauern oder soll ich hier warten ich weiß jetzt nicht wann das nächste abteil kommt ok ich warte hier dann sehen wir uns mit gleich mit einem schnitt wieder in einer sekunde ja weiter geht jetzt wir haben jetzt nicht weitergemacht er hat aufgegeben er wollte nicht wieder alles von vorne machen und jetzt spielen wir skyfall ich wollte sagen ich habe den ersten versuch weil er wollte ich habe das nicht unterscheiden können jetzt muss ich immer hin rennen das ist blöd aber bei mir ist in der luft gehangen ich bin durch das wasser gestorben nicht nur nie man hat ich habe und das hat drei drei wasser ktsd 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 nein geschah eigentlich wirst du noch ein bit aus er scheint uns ges erscheint eigentlich bist du müssen aber nicht mit den vater verloren hast knapp knapp nehmen es auch vorbei schon wieder wie das falsch gegangen wie dumm das ist geschafft hat ich probiere es auch mit dem letzten versuch ich sterbe immer durchs wasser okay dann muss ich diesmal ein witz erzählen und jetzt kommt du musst auf das baum gehen da gibt es so gesagt hast kein ziel aufgeschrieben okay jetzt muss ich ihn witz überlegen was gibt es was gibt es irgendwie finden jetzt warte sucht du dabei jetzt aus ich überlege warte nämlich blanks hätte ich gesagt oder mir fällt gerade kein witz sein muss sein was macht eine blondine hinter einer glasscheibe sich verstecken ja okay los geht man kann auch dafür abkürzung ich wollte schiften aber es ist nicht gegangen nein nein der andere wird eine andere oh ernsthaft abgrund 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 ok ich kann habe ich es jetzt einmal geschafft und die ist sogar sehr lang also brauchst dich nicht wundern wenn du verlierst das jumpleach das jumpleach spielen hat sich bezahlt gemacht eigentlich habe ich gerade noch habe ich nicht zu viele aber ja nur weil ich jumpleach gespielt habe kann ich schon das viel besser also ich kann kein jumpleach spielen nein ich bin daneben gesprungen mann noch ein anderes wenn wir beide sterben rot wollen es okay ein paar wirst du reingegangen schnell okay und die ist so dauert so lange aber egal ich hoffe man hört ihn auch wieder noch wie kommt es irgendwie so leise vor aber du ich bin schon oben mit dem ersten versuch fährst du doch scheiße ja ich bin zu schimpfer juhu nicht was ja wenn an euch abonnenten noch dazu gesagt wenn beim aufnehmen meine stimme hört sich immer so schrecklich an also mir kommt sie so komisch verhalten okay warte du kannst doch kommen ja komm ich nein 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 more die Sprünge werden auch immer immer schwieriger immer schwieriger oh nope No 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 das kann nicht wahr sein nein wenn ich die Geräusche mache vielleicht ist es besser Nein! Nein! Ich muss alles nicht verfahren machen. Mami, hol mich ab. Ich sterbe! Das kann doch nicht wahr sein. Oh, nein! Nein, nein, nein! Der Sprung ist süß. Leute, du bist so weit gekommen? Der um die Seite ist schwierig. Und jetzt? Aber es geht noch weiter, nicht? Und... Ach, nee. Oh! Natürlich! Ja, natürlich! Oh, nein! Oh, nee! Ach, denkst du? Was machst du? Das geht nicht, wenn du es ausprobierst. Und Wenscha hat es meinen Namen falsch geschaffen. Mein Name ist groß. Ach, jetzt habe ich mich nicht gesehen. Ich habe mich untergeschwunden einfach. Ich habe gesagt, ich war unten nicht. Ech! 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 Heilige Mutter Gottes! Nee, das geht nicht. KKK L Lou L Das müssen Sie beim nächsten Teil von Jurassic World einbauen. In ein Dino... L Ele Wie heiß kommt noch mal die Dinosaure? Die? Da gibt's ja die, die kleinere Band, die, statt die noch sauer, genau, zieh mir das aus rechts und dann noch die kleineren Dinger. Ah, was auch gegeben? Okay, Witz. Was geht, Säulengang? Okay, nehmen wir das. Ich bin auch da. Nehmen wir das. Okay, ähm, ein Witz erzählen. Witz. Das ist der gleiche Kack. Witz erzählen. Witz erzählen. Äh. Okay. Ich weiß nicht. Witz du dich? Oh, scheiße. Alter, ist YouTuber. Äh. Äh. Häää. Da ist ein YouTuber auf dem Server. Die Chat ist zu schnell. Nein, nicht so schnell, sonst bist du noch rausgeschmissen vom Server. Ja, erzähl mit, überlege, äh, was auch immer. Hammer. Er trefft sich zu Bewusstsein und fängt die eine zum Jausen im Mund. Ja, da ist auch... Da ist auch Hammer. Das ist ja Hammer. Hammer. So. Hammer. Ja. Mein Schatz. Hammer. 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 Sich去. Unbälligen Chappen. Ja. Äh, nur wenn du, äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Sommer, du? Äh, äh. Ah, äh. gamschit. Haha. �? Ja? Ah. Jetzt musst du sie spielen. Ja. Ach ja. Ach ja. Oh, oh, oh. Ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Oh. Nur noch ein paar Sprünge. Und dann. Äh, nein. Was wird der? Nein. Überlegs nicht. Nur weil, an dem ist es völlig behindert. Aber ich habe keine Idee. Ich habe keine Lust mehr. Oh. Hatschi. 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 Ich binavasr gestrungen. Ich habe gelach? Hatschi. Ok. ids. Eins geht nicht ivs sicher. Waz umso. Das geht nichtí, das ist so lange. Aber probiere eine VISIT. Und 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 und, und. Einmal wieder so wov할 Sprengchen. Mann? 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 aer er kützt sie wieder ab? Mann, nein es ist einen Fehler von der Mattris. Mann? Männlich! Pink ist Männlich! Und ich bin schon wieder unten! Äh... Erschießen Fehler in der Matrix! Erschießen Fehler in der Matrix! Aber was eigentlich? Hm, überlegen wir mal! Abonnentenspash! So ein Abonnentenspash! Guckt euch an! Ist noch nicht! Wo bist du? Du bist jetzt nach drüben? Ich guck kurz... Ich wollte nur kurz gucken! Abonnentenspash! Ode! Okay. Nächste? Nee! Und dann ist auch diese patschen zu Ende! Machen wir doch nicht... Ich habe mir nur 2,1 zu Ende! Teil in dem Jahr! Nö... Komm dann? Was, was? 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 Spielen wir was anderes? Ja, was? Das ist hier. Nö, okay. Zu Wandel-Games. Nee, es dauert zu lange eigentlich. Oh, nee. Quick zu Wandel-Games denn schon? Jupp. Okay, dann sehen wir gleich wieder. Ums, in Kling. Und los geht's. Ja. Hast du schon gespielt, mal sowas? Ich glaub noch nicht. Ja, voll. Ja, voll. Oh, okay. Oh, oh, ich werde die zerstören. Ey, ich kann kein Brot nehmen. Okay, du wirst... Ah, ich hab schon gewonnen. Da greift ich schon wieder an. Oh, nee. Komm schon hin. Au! Nee! Okay. Warte, ich rechne mich. Ich hab schon... Ich hab schon... Ich hab schon... Ich hab schon... Eine Mutter. Blutschein. Nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte. Leute, ich hab mich gekühlt. Ich weiß, ich bin jetzt dumm. Okay. Ich hab alle. Äh... Nee, ich bin... So. Dann. 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 Sehen wir uns halt beim nächsten Mal. Wo bist du? Äh... Äh... Wo schwimmt's darum? Äh... Darf ich du? Ich stelle ich zu mir und wir machen... So. Machen ein paar Zwischen. Äh... 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 Auf Wiedersehen! Schuss! 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 Schuss!